Aktivieren Sie die Fototan-Push-Funktion für Ihr Konto und bestätigen Sie dies mit Ihrer Zugangsnummer sowie Ihrer persönlichen sechsstelligen PIN oder mithilfe von Touch-ID bzw. Face-ID. Nach erfolgreicher Aktivierung müssen Sie der App nur noch erlauben, Ihnen Push-Nachrichten zu senden. Die Einrichtung der Fototan-Push-Funktion ist damit abgeschlossen. Loggen Sie sich wie gewohnt mit dem Computer in Ihren persönlichen Bereich ein und beauftragen Sie zum Beispiel eine Überweisung. Halten Sie Ihr Handy bereit. Ihre Transaktion wird automatisch in die Comdirect Fototan-App übertragen. Auf Ihrem Smartphone erscheint eine Benachrichtigung. Tippen Sie auf die Nachricht – Jetzt öffnet sich die Fototan-App. Prüfen Sie die Transaktion und geben Sie den Auftrag frei, indem Sie den Pfeil von links nach rechts schieben. Wechseln Sie anschließend zum Browser an Ihrem Computer und die Überweisung ist abgeschlossen. Loggen Sie sich wie gewohnt über den Browser auf Ihrem Mobiltelefon in Ihren persönlichen Bereich ein und beauftragen Sie zum Beispiel eine Überweisung und geben diese mittels Fototan-Push frei. Sie erhalten eine Push-Nachricht von der Fototan-App. Öffnen Sie diese. Prüfen Sie den Auftrag und geben Sie die Transaktion frei, indem Sie den Pfeil von links nach rechts schieben. Wechseln Sie anschließend zum mobilen Browser und geben den Auftrag hier ebenfalls frei. Fertig! Öffnen Sie die Comdirect-App und beauftragen Sie zum Beispiel eine Überweisung und geben diese per Fototan-Push frei. Jetzt startet automatisch die App-to-App-Kommunikation. Die Fototan-App öffnet sich. Bestätigen Sie Ihren Auftrag, indem Sie den Pfeil von links nach rechts schieben. Anschließend erscheint automatisch wieder die Comdirect-App. Ihr Auftrag ist freigegeben. Mögen Sie eine Schlacht-App-App. Vielen Dank.